In diesem Video möchte ich euch nochmal den Gold Mode zeigen mit allen Details und Tipps und Tricks meinerseits Leute, so dass ihr es auch jedes Mal beim ersten Versuch schafft. Und zwar könnt ihr auch auf dem Weg zum Packer Punch, natürlich den müsst ihr zuerst aufkaufen, Geld sammeln. Legt euch unter die Perk Automaten, ihr kriegt jedes Mal 100 Punkte. Hier beim Billiard könnt ihr noch 100 Punkte mitnehmen. Dann öffnet die Tür Leute, geht hier hoch und dort ist auch Dr. Niete Perk. Dort könnt ihr euch auch nochmal drunter legen und 100 Punkte mitnehmen. Kauft die nächste Tür auf Leute und dort ist nochmal ein Perk Automat. Dort könnt ihr euch auch runterlegen und ihr habt schon 400 Punkte nur durch Perks gemacht. Jetzt zündet eine Granate Leute, werft ihr hier hoch und es werden Zombies vom Himmel fallen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann müsst ihr das Wasserventil aufsammeln. Und zwar lauft ihr hierfür einfach die Straße runter Leute, kauft den Weg hier frei. Ich zeige euch das jetzt erstmal umgeschnitten, damit auch Leute, die sich auf der Map nicht so gut auskennen, das hinbekommen. Und zwar seid ihr dann hier am Gebäude, links habt ihr Speed Cola und hier habt ihr dann ein Wasserventil drauf. Nimmt das Wasserventil Leute. In der Zeit sind auch die ganzen Zombies vom Himmel gefallen und das ganz hat den Hintergrund, weil diese Zombies werden euch ein grünes Ätherwerkzeug droppeln. Und mit diesem grünen Ätherwerkzeug könnt ihr dann eure in der Hand gehaltene Waffe schon mal auf grün verbessern. Das heißt mit dem Schrott, was ihr demnächst sammelt, könnt ihr direkt auf blau schon verbessern oder ihr könnt einen Munitionsmod draufpacken und habt somit dann die ersten 500 Punkte gespart. Ich packe hier immer Napalmsalve drauf, weil Napalmsalve ist die Schwachstelle von den Manglern und wenn ihr das dann habt Leute, die Wasserventile habt und eure Upgrades durchgeführt habt, geht in die Bowlinghalle hier rein. Dann müsst ihr rechts an der Wand den Kasten aufschießen und mit dem Wasserventil interagieren. Dreht den etwas mehr auf, so wie bei mir, denn sobald ihr draußen seid eine gewisse Zeit lang, geht dieser Balken wieder zurück nach links. Und je weiter ihr das habt, umso besser könnt ihr das sehen und euer Timing darauf abstimmen Leute. Also sobald ich sehe, dass der Wasserdruck nach links geht, dann weiß ich schon, dass ich durch die Tür rennen muss und danach wieder mit dem Ventil interagieren muss. Ich halte immer die Interagieren-Taste dabei schon gedrückt und es klappt dann jedes Mal, ihr seht dann auch, euer Bildschirm ist etwas heller. Und für die ganzen Leute, die es sich hier schwer tun bei dem Schritt, es gibt noch eine andere Methode Leute, vielleicht fällt die euch leichter. Dafür braucht ihr aber eine Selbstwiederbelebung und falls ihr Solo spielt, habt ihr immer wieder eine Selbstwiederbelebung Leute und ich zeige euch das jetzt. Der Wasserdruck muss erstmal wieder leer laufen, sodass ich aus dem Godmode Glitch raus bin. Dann gehe ich wieder da rein Leute, aktiviere das Ventil ein kleines bisschen. Ihr stellt euch dann davor und lasst euch down gehen, entweder von Zombies oder ihr bringt euch selber mit einer Granat um Leute. Wenn ihr dann unten seid, ihr stellt euch so davor und macht eurem Wiederbelebungsbalken so drei Viertel voll und lasst dann los. Und gleich, sobald ihr seht, dass das hier Bildschirm weiß aufgeht, belebt ihr euch ganz schnell wieder und wenn es ein bisschen heller wird wie bei mir, interagiert ihr dann mit dem Wasserdruck und ihr seid im Godmode. Von hier an würde ich euch empfehlen Leute, den Wasserdruck so gut wie ganz voll zu machen. Also nicht ganz voll, sondern lasst noch ein kleines bisschen über, weil wenn ihr gleich raus gehen müsst, um zu punchen oder Waffen zu ziehen oder Perks zu kaufen oder was auch immer ihr hier vorhabt, ist das oben mit dem Wasserdruck euer Timer. Und je voller das ist, umso mehr Zeit habt ihr draußen rum zu laufen. Ich zeige euch das mal. Zum Beispiel will ich jetzt an die mysteriöse Kiste, ich gehe dann kurz raus, gucke wo der Strahl ist Leute. Ich habe natürlich Stemmen ab, damit ihr mehr Zeit habt, ihr seid dann schneller unterwegs. Und danach müsst ihr natürlich die ganze Zeit auf den Wasserdruck achten, weil irgendwann fängt der an leer zu laufen. Und danach geht ihr halt zur Kiste so weg oder geht halt zum Packer Punch, was auch immer ihr machen wollt. Und wie gesagt, der oben links, der Wasserbalken, der geht immer weiter nach links zurück und der darf nicht ganz leer sein Leute. Es kann manchmal natürlich etwas knapp sein, ich würde euch definitiv empfehlen, holt euch Stemmen ab Perk und jedes Mal, wenn ihr zurück in die Halle kommt, aktiviert sicherheitshalber hier nochmal das Ventil bzw. füllt es auf. Nicht, dass ihr gleich irgendwann raus rennt, es vergessen habt aufzufüllen und ihr seid aus dem God Mode. Außerdem würde ich an der Werkbank für 1500 Punkte wieder eine Selbstwiederbelebung holen, falls ihr warum auch immer aus dem God Mode raus seid, damit ihr da easy wieder rein könnt Leute. Aktuell ist es der beste Glitch in dem Spiel und wir haben gerade Doppel-XP-Wochenende, das heißt ihr werdet extrem schnell leveln und eine bessere und leichtere Möglichkeit als diese habt ihr aktuell nicht. Das war es dann auch schon mit dem Video Leute, ich hoffe es hat jetzt jeder verstanden und es kriegt auch jetzt jeder hin, weil ich immer wieder Kommentare habe, wo es steht, es funktioniert nicht mehr oder ich kriege das mit dem Timing nicht hin. Jetzt solltet ihr es auf jeden Fall zu 100% hinbekommen und all diejenigen, die es vorher nicht geschafft haben und jetzt geschafft haben, schreibt mir mal bitte in die Kommentare Leute. Und das war es dann mit dem Video, falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, lasst jetzt gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.